Alle Teamglieder auf den gleichen Stand zu bringen und sicherstellen, dass sie auf die gleichen Daten und Informationen zugreifen können, ist einer der Schlüssel zum Projekterfolg. 3D Dashboards sind der beste Weg, dies zu gewährleisten, und sie sind der perfekte Einsteig in die gesamten Vorteile der 3D Experience Plattform. Seine vollständig anpassbarer Flächen wird dir ermöglichen, alle für deine Projektwichtigen 3DS Anwendungswidgets zu verwenden. Eine 3D Swim Community, um Ideen und Konzepte für das Projekt zu diskutieren, auszutauschen und zu definieren, Notizen, die man immer im Blick haben muss, oder unterschlagene externe Webseiten. Das Hinzufügen einer App ist so einfach, wie sie im entsprechenden Quadrantenskompass zu suchen und Drag & Drop im Dashboard. Platzierst und skalierst du sie nach deinem Wunsch, und jetzt profitiert jedes Teambeat von den gleichen Informationen. Ein Dashboard kann aus mehreren Tabs bestehen, die dir helfen, deine Apps zu organisieren. In diesem Fall haben wir alle Apps, die mit dem Lifecycle und dem Projektmanagement des Projekts zu tun haben, auf einem Tab. Mit einem einfachen Mausklick erstellen wir einen neuen Tab und Apps, die über das Dashboard angezeigt werden können, werden mit einem Pfeil in der oberen rechten Ecke markiert. Fügen wir hier Anwendungen hinzu, die sich auf die Datenverwaltung und Speicherung beziehen. Und vergisst du natürlich nicht, es mit allen am Projekt Beteiligten zu teilen. Du kannst ihre Zugriffsrechte einfach verfalten und sie das Dashboard senden lassen oder ihnen nur Leserstatus geben. Die Teamglieder haben jetzt Zugriff auf alle Informationen, die sie benötigen, von jedem Gerät aus, um das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Die Teamglieder haben jetzt nicht, es gibt die Datenverwaltung, die sie benötigen, von jedem Gerät aus, um das Projekt zu haben.